Deswegen ist Manuel Neuer der Goat auf der Torwartposition. Es werden immer wieder Diskussionen aufgemacht, wer denn jetzt eigentlich der beste Torhüter der Geschichte ist und das obwohl die Antwort eigentlich klar ist. Die Gegner von dieser Behauptung kommen immer wieder mit dem Argument, dass andere Torhüter viel krassere Paraden hatten und in Punkt X oder Y besser als Neuer sind. Und wisst ihr was? Das kann sogar sein. Es mag sein, dass andere Torhüter besser in der Luft oder auf der Linie waren. Aber niemand in der gesamten Geschichte des Fußballs hat es jemals geschafft, all diese Dinge zu kombinieren und ein so gutes Gesamtpaket abzuliefern wie Manuel Neuer. Mit seiner Spielteilnahme revolutionierte er seine Position, mit seinen Paraden rettete er seine Teams und mit seiner Führungsstärke hielt er seine Vorderleute immer zusammen. Kein Torwart der Geschichte kann mit diesem Gesamtpaket mithalten und da geht es auch nicht um Meinungen, sondern um Verständnis für das Torwartspiel. Und wer das hat, weiß ganz genau, dass er der beste Torwart aller Zeiten ist.